liebe zuschauer einen schönen guten tag und ganz herzlich willkommen zu einem neuen video interview mein heutiger gast ist einmal mehr herr doktor maaßen einen schönen guten tag herr doktor maaßen guten tag herr doktor maaßen gestern abend lief im zdf eine doku über sie um das mal neutral auszudrücken ja liebe zuschauer diese doku können sie sich anschauen in der zdf mediathek und auch auf twitter hat diese reportage große wellen geschlagen da lohnt es sich durchaus einmal die kommentare dazu durchzulesen herr doktor maaßen meine erste frage wie fühlt man sich eigentlich als mensch wenn so etwas überein gesendet wird und dann zu einer sehr guten sende zeit im öffentlich rechtlichen fernsehen gestern als die sendung lief war ich eingeladen zu einem abendessen und einer der anderen gäste sagt mehr maßen das ist gold wert wenn über sie berichtet wird sie sind eine ganz normale person sie sind kein unternehmer sind kein spitzenpolitiker die würden mit sicherheit sehr viel geld bezahlen um überhaupt in den medien erinnerung zu finden also um ihre frage zu beantworten man könnte es positiv sehen überhaupt nachrichten überein sind schon mal gute nachrichten aber was das zdf gemacht hatte das war im grunde eine schmäh sendung eine hass und hetze sendung gegen meine person ich persönlich bin ich der auffassung dass ich so bedeutsam bin dass man eine halbe stunde widmen muss und dann noch zu einer sehr guten sendezeit viel geld ausgeben muss weil die journalisten die oder die leute die es gemacht haben die haben monatelang daran gearbeitet das ist nicht nötig dass man das für eine einfache person macht wie für mich aber es zeigt mir offensichtlich bin ich für diese leute bedeutsam oder gefährlich dass man jedenfalls nicht die mühe macht so eine also eine schmäh kritik so ein hass papier zu machen kann es sein dass die angst haben vor ihnen es kann durchaus sein dass sie angst haben vor mir weil zeitgleich ist auch ein buch erschienen über den verfassungsschutz wo auf dem cover schon deutlich gemacht wird dieses buch enthält auch aussagen über hans georg maaßen was was nichts inhaltlich neues ist aber man wollte mich auch darüber diffamieren und diskreditieren ich sage ihnen ich nehme das einfach zur kenntnis und zwar deshalb weil auch aufgrund meiner professionellen ausbildung mir die artikel zersetzungstechnik natürlich bekannt sind das hat früher eigentlich der ddr geheimdienst gemacht diffamieren diskreditieren ausgrenzen neutralisieren da will man zum einen mit verhindern dass leute mit so jemanden redet reden die die der so so diffamiert und ausgegrenzt ist also man will im grunde genommen die die kontakte abbrechen zwischen dieser person und dem rest der gesellschaft und da will man diese personen auch ja eine psychische krise bringen und auch in der ddr gab es mal wieder fälle wo menschen mit mit dieser ausgrenzung nicht zurecht kamen zurecht kam das muss man einfach wissen dass das so ist und man muss auch wissen dass das zdf aus meiner sicht diesen kurs jetzt auch einschlägt menschen an den öffentlich rechtlichen pranger zu stellen sie zu diffamieren und diskreditieren das ist eine technik der feindbekämpfung ist die klassische sozialistische feindbekämpfung wie wir sehen vom vom mfs von der stasi kennen ja wie kam es denn dazu wie bewerten sie ja die entwicklung von ard und zdf in den letzten 10 20 jahren ich glaube da muss man schon weiter zurückgehen sie müssen wissen die kultur marxisten haben bereits in 50er jahren als ziel angesehen die westdeutschen medien zu übernehmen wir machen nicht die revolution auf der straße so hieß es sondern die revolution wird über die redaktion durchgeführt und ein ziel waren damals die ARD medien gewesen längst noch bevor es das zdf gegeben hatte da ging man rein und versuchte diese medien systematisch unterwandern unter der devise wenn wir entscheiden was die menschen hören oder sehen auch schon in den zeiten des ersten zeiten des fernsehens dann entscheiden wir auch darüber wie die leute denken das war die sicht der kultur marxisten gewesen und adenauer hat das zweite deutsche fernsehen auch in kenntnis dessen eingerichtet weil er die hoffnung hatte neben diese linken ard medien ein konservatives zweites deutsches fernsehen zu haben und unter helmut kohl wurde klar dass dieser prozess der unterwanderung weitergegangen war auch ins zdf auch das zdf wurde mehr und mehr unterwandert bis jemand wie gerhard wöventhal ein konservatives urgestein des zdf auch vollkommen innerhalb des eigenen senders ausgegrenzt wurde was wir heute erleben ist eigentlich eine komplette unterwanderung der deutschen staatsmedien durch linke journalisten sie alle wissen einer umfrage zur folge 92 prozent der ard-jung-journalisten bezeichnen sich als anhänger der grünen der partei die linke und dann der spd da können sich vorstellen was dafür politik gemacht beim zdf sieht es mit sicherheit nicht anders ja was muss ich denn ändern ihrer meinung nach brauchen wir überhaupt einen öffentlich-rechtlichen rundfunk in der form wie wir ihn haben nein das brauchen wir mit sicherheit nicht ich hatte schon vor jahren gesagt fünf euro reichen komplett aus für die staatsmedien heute würde ich sogar sagen wir brauchen sie eigentlich gar nicht überhaupt nicht denn die grundlage für die staatsmedien war 1950 gesetzt worden vor dem hintergrund man hatte radio gehabt man man versuchte sich dann mit fernsehen alles sehr teuer das konnte ein privatunternehmer kaum leisten die frequenzen die es damals gab waren wenige und die mussten bewirtschaftet werden bewirtschaften heißt mangelverwaltung und mangelverwaltung durch den staat die staatsmedien haben dann diesen mangel verwaltet man sollte fair und gerecht sein und deswegen rundfunk staatsvertrag wonach die staatsmedien in aller breite in aller tiefe möglichkeit und fair zu berichten was wir heute haben das ist nicht nur eine medienlandschaft bei den staatsmedien die sich überhaupt gar nicht mehr dran hält sondern wohl von journalisten sich selbst zu haltungsjournalisten und zu agitateuren und propagandisten erklären aber was wir noch viel weniger haben ist eine mangelbewirtschaftung sondern wir haben ich sage mal frequenzen im überfluss jeder kann im grunde genommen fernsehen machen über youtube und über andere kanäle wir brauchen insoweit diese staatsmedien nicht wie wir sie 1950 noch brauchten vor dem hintergrund bin ich der meinung schaltet sie endlich ab gibt den leuten das geld zurück und führt die mitarbeiter der redaktion zu einer vernünftigen beschäftigung wir haben ein hohes maß an zu wenig zu wenig personal im handwerk und in der gewerblichen wirtschaft vielleicht kann man die leute in den redaktionen auch umschulen und da einsetzen sie haben gerade die finanzierung angesprochen ich war ja selbst auch in erfurt auf der mitgliederversammlung und habe die veranstaltung gefilmt und was mich tatsächlich ja sehr verwundert hat die beiden menschen vom zdf die draußen standen und gefilmt haben die waren da sechs sieben stunden stand die vor dem haus und in der reportage sah man dann ein kleines interview und einmal wurde die die hauswand abgefilmt und dafür brauchen diese zwei leute sechs sieben stunden werden dafür bezahlt diese kleinen aufnahmen zu machen also tut mir leid aber wenn ich so arbeiten würde dass das weil sie kriegen es ja bezahlt diese stunden gut aber das nur nur am rande das sind eben sozialistische staatsmedien geld spielt da keine rolle und wir haben ja auch in den letzten jahren gesehen wieder gemiss wirtschaftet wird es wird einfach aus dem vollen geschöpft und wenn das geld nicht mehr da ist dann wird gefordert gebühren erhöhung und kaum ein politiker hat den mut sich gegen diese gebühren erhöhung zu wehren das bundesverfassungsgericht macht es auch noch mit also das sind für mich skandale deswegen bin ich der fest wir brauchen diese staatsmedien nicht endlich ausschalten abschalten und die menschen soll nicht so informieren wie sie es wollen ohne belehrung ohne erziehung und ohne propaganda und agitation wie kann es denn sie sind ja auch jurist wie kann es denn überhaupt sein dass ich für etwas bezahlen muss was ich nicht nutzen möchte oder nicht nutze und mir das einfach aufs auge gedrückt wird ohne dass es es ist ja keine steuer es ist einfach ich muss irgendwie was bezahlen an eine firma und habe auch keinen einfluss darauf was mit dem geld passiert das ist doch rechtsstaatlich eigentlich dürfte das doch gar nicht erlaubt sein nein ich halte es auch für rechtsstaatlich hoch problematisch das ist das einzige ich sage mal system in deutschland wo leute gezwungen werden geld zu bezahlen ohne dass sie eine gegenleistung überhaupt haben wollen und ohne dass sie letztendlich auch einwirkungsmöglichkeiten haben darauf wenn man behördliche gebühren bezahlen muss für eine leistung die erbracht worden ist ist okay wenn man abgaben zahlen muss auch für etwas was man nicht unbedingt in anspruch nimmt dann ist es auch insoweit okay weil man auch die möglichkeit hat zum beispiel den stadtrat zu wählen und über den stadtrat auch einfluss zu nehmen dass diese gebühren oder abgabenerhöhungen aufhören beim öffentlich-rechtlichen rundfunk bei den staatsmedien so ist wir müssen zahlen es nennt sich gebühren aber wir haben keinerlei einflussmöglichkeiten darauf wenn sie bei einer kasse sind oder bei einer versicherung sind bei einer öffentlich-rechtlichen versicherung sind da haben sie wenigstens noch die möglichkeit ihre vertreter in die entscheidungsgremien zu senden das haben wir gar nicht nämlich die vertreter die reingesandt werden sind in aller politiker wie jetzt frau schwesig beim zdf die sich da hat rein wählen oder einsetzen lassen und das hat überhaupt gar nichts mehr mit rechtsstaatlichkeit zu tun deswegen abschalten von ard und zdf ja vor allen dingen geht es ja auch darum dass die freien mitarbeiter die es sehr zahlreich gibt bei den öffentlich rechtlichen sehr sehr schlecht bezahlt werden hingegen aber die leute die oben sitzen wirklich absolut fürstliche löhne kassieren und auch wirklich extrem hohe renten auch das ist ja irgendwo gar nicht zu verstehen ja dass das ich als als bürger deren rente finanzieren muss also also ich habe insoweit verständnis wenn man jeden tag desinformation agitation propaganda halter haltungsjournalismus betreiben muss dann will man natürlich dafür auch schmerzensgeld haben ja also jeden tag gegen sein eigenes gewissen von der klima ideologie zu predigen die klimahölle an die wand zu malen und die leuten angst einzujagen ist natürlich schon eine sache die nicht jeder kann mit seinem gewissen vereinbaren kann so dass ich zynischerweise sagen muss dass was diese leute da verdienen ist letztendlich auch eine art schmerzensgeld dafür dass sie gegen ihr gewissen agitation propaganda und desinformation betreiben ja jetzt muss ich ihnen noch etwas erzählen und zwar boris reitschuster hat jetzt gerade eine sendung kommentiert in einem eigenen video und zwar die sendung markus lanz in der hubert aiwanger aufgetreten ist und ein sehr gutes video geworden von boris reitschuster ich gucke den ezer gerne und ja das ist aber auf youtube gesperrt worden weil das zdf urheber rechts ansprüche geltend gemacht hat weil boris reitschuster ausschnitte aus der sendung verwendet und kommentiert hat immer nur kurze ausschnitte ja und das zdf hat dann riegel vorgeschoben und jetzt musste ich gestern sehen bei der doku des zdf dass sie einfach frecherweise video material von mir in diese doku reingeschnitten haben ohne mich zu fragen ohne mich dafür zu bezahlen oder mir dieses material abzukaufen sie sind jurist ich hatte schon erwähnt wie schätzen sie das ein da müsste man doch müsste ich doch jetzt eigentlich auch gegen vorgehen können wenn ich jetzt bösartig wäre oder ich denke mir dass es da durchaus möglichkeiten gibt das was die gemacht haben geht über das normale zitatrecht hinaus ard und zdf ertreten oftmals die auffassung sie sind mächtiger als die anderen deswegen nehmen die das für sich in anspruch und wenn jemand dagegen klagt solle dagegen klagen zdf hat eine ausgestattete rechtsabteilung und das ist ein kampf letztendlich das wissen die david gegen goliath und goliath sind ard und zf herr dr maaßen ich danke ihnen ganz ganz herzlich für das gespräch wünsche ihnen alles gute und dankeschön sehr gerne herr reinhard liebe zuschauer ich danke ihnen auch bitte unterstützen sie uns werden sie mitglied der werteunion sie müssen nicht in der cdu oder csu sein um mitglied werden zu können das ist kippt das ist geändert worden ja ich danke ihnen ganz herzlich fürs zuschauen alles gute und bis bald